Hallo, mein Name ist Titus Zomegede. Ich bin Geschäftsführer der Firma Taupan und wir sind spezialisiert auf Steinsetzungen für japanische Gartenanlagen, Wasserfälle und ähnliches. Wir befinden uns hier in Walen am Rennersbuckel und unser Auftrag ist, das schönste ästhetische Objekt hier in diesem Neubaugebiet zu bauen. Was für mich besonders praktisch an dem Gerät ist, dass er praktisch wie eine Verlängerung meiner Hand funktioniert. Anstatt ständig Anbaugeräte zu wechseln, schmaler Löffel, breiter Löffel, verwende ich eigentlich durchgängig dieses Gerät. Und ich habe im Laufe von fast 20 Jahren Berufserfahrung viele Greifer benutzt und bin einfach an diesem Greifer hängen geblieben, weil er mich wirklich überzeugt als Gesamtpaket. Zum einen von seinem Design und von seinem Aufbau ist er sehr leicht. Das gibt mir einen Vorteil, dass ich mehr Zuladung an den Bagger bringen kann. Er ist sehr filigran, aber trotzdem unfassbar robust. Also ich denke, ich kann behaupten, dass wir das Gerät schon in einem sehr, sehr, sehr harten Einsatz haben. Sehr, sehr große Steine damit bewegen und auch wenn er etwas verschranzt aussieht, er funktioniert immer noch einwandfrei. Wenn ich im Zug Naturstellenmaterial direkt auf die Baustelle kommen lasse und entlade mit dem Greifer selber, spart mir das um die 300 Euro pro Tour, weil ich aufs Gesamte gesehen pro Zug mehr Steine hier anliefern kann. Normalerweise, wenn wir unser Material auf der Baustelle entladen bekommen, braucht der Fahrer von seinem Vierachser, bis er beide Hänge abgeladen hat, gut anderthalb Stunden. Ich brauche mit dem Gerät 20 Minuten, 25 Minuten vielleicht. Wenn du ein Gerät willst, was wirklich effizient ist, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und eine Firma hat, die wirklich dahinter steht, sprich, wenn ein Problem auftritt mit dem Gerät, rufst du bei der Firma an und die kümmern sich wirklich drum, würde ich dir dieses Gerät empfehlen. Wenn du ein Gerät haben willst, was du auf der Baustelle verwenden kannst, für mannigfaltigen Einsatz, würde ich dir diesen hier empfehlen. Da kann ich nur sagen, für einen Gartenlandschafter ist das Gerät die erste Wahl. Das Gerät ist das Gerät. Das Gerät ist das Gerät. Denn das Gerät war das Gerät. Vielen Dank.